Hallo Leute und herzlich willkommen zu der Weihnachtsausgabe von unserem Let's Play COD Black Ops 2. Das hier ist natürlich nicht zu Weihnachten gespielt, geschweige denn aufgenommen, da ich ja wie gesagt schon weg war. Das tut mir an dieser Stelle sehr, sehr, sehr leid, aber dafür gibt es auch für euch in diesem kleinen Gameplay einen tollen Preis zu gewinnen, zu dem ich dann später komme. Erstmal kurz was zum Setup. Die MP7, die so gut geworden ist, die habe ich natürlich dabei mit erweiterten Magazinen und den extra Schnellzielen. So, als Secondary besitze ich die B23R, den Brezi-Luftschlag habe ich dabei, den Tarnhelikopter und den wunderschönen Loadstar. Oder die High, äh, wie heißt das denn, äh, Black, Black Hat, genau, die beiden Black Hats habe ich dabei. Und als Primärgranate habe ich, glaube ich, eine Zentex. Gespielt wird hier Sprengkommando auf der unglaublich geilen Map Nuketown 2025 oder 20, äh, ja doch, 2025. Und, ähm, ja, gespielt habe ich das hier, glaube ich, mit dem Steven und dem Max. Ach, ne, Quatsch, was labere ich? Das war ganz alleine gespielt. Genau, ganz alleine bin ich hier wagemutig wie ein Held in das Spiel reingegangen und habe mich einfach gechillt. Hier an dieser Stelle muss ich sagen, ich campe nicht, sondern ich warte einfach bis die Runde vorbei ist, da ihr gerade seht, dass die letzten Sekunden vorbeigehen, damit ich dann, äh, meinen Tarnhelikopter reinkollen kann. Und, ja, da muss man einfach mal aussitzen, bevor man dann wieder stirbt, wie es so oft passiert vor dem Loadstar, da riskiere ich lieber mal eher nichts. So, dann wollte ich erzählen, dass ich für euch ein Gewinnspiel vorbereitet habe. So, das heißt, ihr schreibt bitte wieder unter dieses Video einfach eure Kommentare drunter, was auch immer. Schreibt irgendwas Schönes drunter, ihr könnt auch, was weiß ich, ihr könnt spammen, ihr könnt machen, was ihr wollt, ja, es ist einfach euch überlassen, was ihr da tut, wie ihr es tut und was auch immer. Es wäre einfach lieb, wenn ihr einen Kommentar da lasst, beziehungsweise das ist gut für euch. Und zum Gewinnspiel, ihr könnt einen Gutschein für Z2 gewinnen. Und Z2, das sage ich euch, was das ist, das ist Internet TV. Und zwar, ihr könnt über euer Smartphone, über euer iPhone, was auch immer, was ja ein Smartphone ist, wie ihr vielleicht wisst, über euren PC, überall Fernsehen gucken und zwar jeden einzelnen Sender. Das ist sehr lohnenswert, das kann ich euch nur so ans Herz legen, wenn ihr das gewinnt, herzlichen Glückwunsch. Den Gutscheincode schicke ich euch dann natürlich direkt nach der Verlosung zu und falls ihr gewonnen habt, erfahrt ihr das natürlich dann auch mit einer persönlichen Nachricht. So, zu den Kommentaren, ihr könnt was Originelles posten, ihr könnt auch Scheiße posten, wie ihr es auch immer wollt. Wäre nett, wenn ihr einen Like-Button da lassen würdet, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Und ja, soweit zu dem Gewinnspiel. Und ja, sobald ihr alle das Video so ein paar Views habt, also so über 100 Views würde ich sagen, haue ich dann mal das Gewinnspiel, die Verlosung raus. Und ja, ihr seht das dann einfach in einem neuen COD-Video, da haue ich das dann einfach rein und verlos das Ganze mal. So eine Verlosungsscheiße mache ich übrigens nicht mehr mit dem Hut da, den ich gespondert habe. Das tut mir leid, ich mache das natürlich mit einem Zufallsprogramm, wo ich dann wahrscheinlich einfach auswürfele, welche Seite und welcher Kommentar von oben runtergezählt, indem ich einfach irgendwie einen Zahlengenerator nehme oder sowas. Aber das ist auf jeden Fall auf legalen Wege, weil was bringt es mir, es unlegal zu machen. Ja, soviel dazu, ihr seht hier gerade bei dem Sprengkommando, ich habe mein Loadstar jetzt gerade erhalten. Mein Perk-Setup ist übrigens Kugelsichere Weste und hier Dings, flinke Hände. Und das schöne Perk-Taktikmaske, weil das braucht man unbedingt bei Sprengkommando, das muss einfach sein, weil so viele Nades auf Nuketown geschmissen werden, dass man einfach diese Kugelsichere Weste braucht. Und es werden so viele Flashbangs geschmissen, da braucht man auf jeden Fall das übertriebene Perk-Taktikmaske. Denn die Taktikmaske ist so übertrieben stark geworden, man merkt gar nichts mehr von Flashbangs. Finde ich zwar nicht so schlecht, schade finde ich, dass sie das Pro-Perk rausgenommen haben, das heißt, dass man die Perks nicht mehr hochspielen kann. Denn das nervt mich ein wenig, aber sonst... Und hier, ihr seht, sie werden einfach gefickt, sie haben überhaupt keine Chance da, zack, zack, zack. Das Spiel hat so mega Bock gemacht, ja. Und die können einfach gar nichts gegen diesen wunderschönen Loadstar machen, die kriegen aufs Gesicht so Batz, 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 die können gar nichts. Und hier an dieser Stelle, da habe ich so gelacht, guckt euch an, wie schlecht er ist, pass auf. Zack, und er kriegt halt noch, er kriegt halt noch. Und er schießt mich an und kriegt dann auch noch fast. Er hätte fast noch gekriegt, ich schwöre es euch, er hätte gekriegt, hätte mein Team mit nicht den letzten Schuss abgefeuert. Aber egal, Hauptsache nicht sterben, ist hier die Devise. Und ich sehe gerade, ich habe gerade, äh, doch, ja genau, ich habe kein zweites Blackheart dabei, weil ich auf meiner Rafika-Erweiterungsmagazin auch drauf habe. Und ich nenne es schon wieder, Rafika, BO23R. Deutsch, Deutsch! Und, entschuldigung, das muss jetzt gerade mal sein, das ist keine Elektrox-Abkupferung, sondern das ist einfach nur geil, ich liebe das. Ähm, das sage ich auch immer, online, äh, hier, äh, 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 äh. Ja, ich sag die Rotze ja jedes Video so ziemlich, dass es mal genießbar ist, mal nicht und wie auch immer Und ja, es sind halt wieder viele Huren zu einem Online-Spiel, macht keinen Spaß Momentan spiele ich mit Sascha ein bisschen MW2 Wir hauen jetzt auch für euch übrigens einen Private-Mode wieder raus Es haben ja einige Leute darunter geschrieben, wir sollen sowas häufiger machen Und wir werden jetzt mal mit vier Leuten wahrscheinlich ein wenig Private-Competitive spielen Das heißt nicht unbedingt mit Challenges oder so, also doch mit Challenges Das heißt, wir spielen Free-for-All Jeder gegen jeden mit vier Leuten Wir stellen vorher ein paar Waffen ein Das heißt, wir holen uns ein paar Setup Bei MW3 natürlich, bei Black Ops 2 finde ich das nicht akzeptabel Und da der liebe Sascha sich ja auch verweigert hat, dieses Spiel zu kaufen Das kann ich natürlich auch irgendwo verstehen Irgendwo, ja auch nicht Obwohl das wieder auch nicht langsam überwiegt Und ja, da werden wir euch einfach mal ein paar Videos wieder raushauen Die natürlich live kommentiert werden, sonst macht es ja gar keinen Spaß Mit dem lieben Tim, dem Sascha und dem Wie ist er jetzt? Ich hab den Namen vergessen, keine Ahnung Den haben wir jetzt heute auch kennengelernt Das war auch echt geil, der korrekte Typ auf jeden Fall Kommt aus Kruxhafen Grüße an dich hier in diesem Video Echt korrekter Typ Den nehmen wir auf jeden Fall mit in das Private-Match Musste gerade nur kurz bei Skype gucken Vielleicht stand da seinen Namen, aber ich will jetzt auch nicht seinen echten Namen sagen Das wäre vielleicht unsere Einstimmung nicht so tolle So, ihr seht, ich bin hier gerade schön am Spawn-Killen Die ganze Zeit Razzazzaz drauf Ich bin in den Spawn reingelaufen Gegner-Spawn, das kann man euch nicht empfehlen Das kann man nur machen, wenn die Teammates so kompetent sind Und in der Mitte bleiben Und die Spawn-Killen links und rechts Dann spawnen sie nämlich vor einem Das hatte ich hier, deswegen bin ich auch hinten reingelaufen Ansonsten kann man das echt nicht machen Sonst flippt man den Spawn und alle regen sich über einen auf Wenn man so ein Kackgesicht ist, dass das macht Und ich reg mich auch jedes Mal darüber auf, dass der Spawn geflippt wird Das ist einfach nervig, wenn da einer reinrät und denkt Guck mal, ich bin ein kleines, süßes Kind Ich habe rote Haare Rot Rote Flagge Rote Haare Rotes Dach Rote Keller Und ich will da mal den Spawn flippen Ja, das ist natürlich geil Da freue ich mich jedes Mal wieder aufs Neue drüber Und ich habe jetzt übrigens meine HD PVR verkauft Oder bin dran, die zu verkaufen Und werde mir jetzt wahrscheinlich eine Penisverlängerung zulegen dafür Da eine Penisverlängerung sich natürlich lernt Elgato hieß das Ding genau Ich war nämlich gerade am Gucken, wie das Ding ist Ich habe es vergessen Eine Elgato Capture Card werde ich mir holen Und ja, das ist natürlich dann natürlich auch wieder schwer Geil Und das wird wahrscheinlich auch gut aussehen Hoffe ich natürlich Und ja, zum Gameplay wieder Um zum Gameplay wieder zurückzukehren Um ehrlich zu sein Hier die Stelle, wo ich jetzt hier gerade sitze Ist so ziemlich eine sehr gute Stelle Oder zum, ich will jetzt nicht sagen die beste Stelle Aber auf jeden Fall eine der besseren Stellen Um die Leute wegzuspawn Sie laufen einem nämlich immer daher Über die linke Flanke Wenn nicht gerade die Mails auf der rechten Flanke fehlen Dann wird man natürlich sofort gefickt Und man braucht unbedingt einen Sniper Der die anderen Leute in dem Fenster oben wegkommt Weil das ist die gefährlichste Position für euch Wenn ihr auf Killstreak seid Und das war meine Schuld hier an dieser Stelle Das war einfach nur dumm von mir Dass ich gedacht habe Die Spawn ist gerade nicht hinter mir Und ja, da wurde ich halt in den Rücken geschossen Für so einen kleinen Drecksnoob Und ihr braucht auf jeden Fall einen Der oben im Fenster alle Leute wegkommt Weil wenn ihr einmal oben im Fenster sind Ihr könnt kaum was dagegen machen Wenn da zwei Leute stehen oder so Die knallen euch sofort von der Pose weg Das ist echt so schlimm Und guckt euch das an Wie minderwertig muss man sein Um in diesem Haus auf dem Boden zu liegen Ach du Scheiße Und wir haben heute übrigens auch in ME2 So ein paar Trickshotter kennengelernt Die waren sehr geil Die haben mit sechs Leuten vor einem Gegner gestanden Und haben es nicht geschafft ihn zu töten Ey, das war so lustig Ey, das war so mega lustig Ey, ich habe mir so einen abgelacht Mit Sascha zusammen Das waren so deutsche Und die haben so gedacht Ey, 360 Ich mache es kaputt Und so Ich bin Kennegg Und habe voll die geile Sprache Und so So voll deutsch Und so Ganz voll krass Und deutsch schreiben auch ganz gut Und ey Die waren so kacke Die waren so schlecht Und dann meinten die so Ja, bla bla Guck doch mal Wie scheiße du bist Und dann Haben Sascha und ich einfach mal Noobcube rausgepackt Bei ME2 Weißt du, wie man das so macht Und haben den die ganze Zeit Okay, wir haben auf die Fresse geballert Bei Search and Destroyed Am Ende haben sie alle Geragequitte Da hatten sie kein Bock mehr Und jedes Mal Wenn wir die gekillt haben Haben die so rumgeschrien Äh, Hurensohn und so Voll retardet und alles Und ich habe auch am Anfang zu ihnen gesagt Ihr seid nicht so welche Die voll retard rumprollen Und so Bei dem Game so voll ernst nehmen Obwohl das schon so irre alt ist Und das haben die auch noch gemacht Das haben die auch echt noch gemacht Die haben die ganze Zeit rumgebrüllt Und so, ey Voll die Pisser Und am Ende halt Ragequitte So wie es halt ist So, hier fängt es gerade wieder Eine Runde an Eine neue Runde Ihr seht es hier Dieser Danny über mir Der geht auch richtig schön ab Ey, der war auch echt Eine große Hilfe Der war ausnahmsweise Mal eine Hilfe in meinem Team Sonst habe ich ja wieder Nur so kacke Sich da die 0 zu 32 gehen Oder so Und ja Das ist einfach geil Leute Das ist geil So, Games Wenn ich die öfters hätte Mit Double XP und so Wart ihr auch übrigens noch mal rausbringen können Ein bisschen Double XP wäre schon geil Ähm, ja So Games öfter Und ich spiele das Spiel nur noch Ich schwöre es euch Dann macht das Spiel auch wieder richtig Bock Und ja Ich werde euch auf jeden Fall Dann noch ein paar ME3 Free-for-Alls bringen Oder so Ich habe ja dann auch Ein Aufnahmegerät Nicht nur der Sascha Für die minderwertigen FIFA-Videos Nein, die FIFA-Videos Von denen haben sich ja echt gebessert Also Man muss echt sagen Die Kommentare Von ihm sind deutlich besser geworden Es hat sich echt zum Besseren gewendet Und ähm Früher war es echt Was willst du Ja, das sind immer die Leute Die stören müssen Mitten im Video Das ist natürlich scheiße Aber ich war stehen geblieben Dass Saschas Kommentare Echt besser geworden sind Im Gegensatz zu vorher Hat sich der Sascha echt gemacht Und ich hoffe Ich habe mich auch ein wenig gemacht Wir mussten uns am Anfang In YouTube natürlich Erstmal reinfinden Und so Das ist ja verständlich Und das muss man dann An der Stelle auch echt bemerken So, ich hoffe Ihr denkt an das Gewinnspiel Ähm Postet was in die Kommentare rein Vielleicht postet ihr auch noch direkt Wie ihr das Gameplay hier findet Das war nämlich echt geil Hat mir auch echt mega Spaß gemacht Ähm Ihr könnt auch natürlich Was zu dem Freefall posten Was wir da machen sollen Waffen Setup Könnt ihr uns natürlich auch schicken Ähm Womit ihr spielen sollen Was ihr sehen wollt So, postet was für das Gewinnspiel Auf jeden Fall Da müsst ihr jetzt echt dran denken Ne Das Gewinnspiel Hallo, komm Z2 Z2 TV Für euch Kostenlos Und überall Fernsehen gucken Das heißt Ihr gammelt euch in den Bus Mit eurem iPhone Oder Samsung Äh Galaxy Oder was auch immer Und guckt einfach mal Fernsehen Pro 7 bisschen So Gameplay endet hier Letzter Kill Der Blitzschlag Wunderschön 2 zu 1 Gewonnen Ich hab 88 88 88 Zu Ähm 13 Glaube ich Könnte auch 14 sein Wahrscheinlich Aber das ist doch ganz akzeptabel 88 zu 14 ist es Genau Haut rein Bis zum nächsten Mal Deckt ans Gewinnspiel Macht's gut Peace 1 2 1 2 2 7 9 10 11 11 12